Hallo und herzlich willkommen im FITLINE, dem freundlichen Fitnessclub in Braunschweig. Das Studio im Grünen bietet viel Ruhe und Platz, um auch auf unserem Außenplatz zu trainieren. Wir legen viel Wert auf eine persönliche und individuelle Betreuung, damit jeder seine Ziele, die er sich vorgenommen hat, auch erreicht. Wir haben unterschiedliche Kursangebote, auch speziell für die älteren Jahrgänge, damit jeder das Richtige findet. Wir unterstützen Sie erfolgreich bei der Gewichtsreduktion. Ein TED im Studio zeigt die Abnehmerfolge. Unser Kurs Hot Iron ist das Fettburner-Programm. Vorsicht, akuter Fettverlust. Leckere, figurbewusste Drinks runden das Angebot ab. Lernen Sie in einem Probetraining die nette, warme und persönliche Atmosphäre unseres Studios kennen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.